Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein kurzes Update zur BYD Aktie für euch dabei. Wir gehen hier auf die brandaktuellsten News ein, die wie ich finde wirklich sehr sehr spannend sind, beziehungsweise auch wichtig für die Zukunft. Und ja, dann schauen wir uns natürlich auch wie gewohnt den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier auch direkt und zwar mit dem Kurs aktuell von BYD. Wir sind ja immer noch schön in dem Aufwärtstrend, wie man es hier rechts erkennen kann. Wir stehen aktuell bei 25,17 Euro, haben heute ein kleines Minus von 1,83 Prozent und stehen noch weiterhin weit über der 50-Tage-Linie hier im kurzfristigen Bereich und auch über der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Also langfristig hier die lila eine Linie, kurzfristig die gelbe. Und das Allzeithoch ist auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Das liegt hier bei knapp über 29 Euro. Und jetzt hat man eigentlich hier die wichtigsten Hürden geschafft und BYD steuert hier wirklich wieder aufs nächste Allzeithoch zu. Ich bin gespannt, wann sie es erreichen oder überschreiten werden. Auf jeden Fall traue ich BYD hier in der Zukunft mega viel zu und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und wie schnell die Reise geht. Ja, jetzt schauen wir uns an, was hier brandaktuell ist. Ich habe euch heute auch ein Bild hier mitgebracht. Und zwar geht es hier um den Dolphin. Also das ist das neue Auto von BYD. Das wird hier der erste Stromer auf der neuen 800-Volt-Plattform, die ja hier BYD vorgestellt hat. Und zwar im April hier unter EA1. Also das ist jetzt hier der elektrische Kompaktwagen eben, der von BYD hier in Zukunft auf den Markt kommen soll. und als Serienmodell erhält er eben den Namen Dolphin. Ja, kurzer Rückblick. Im April hat hier eben BYD parallel den EA1 und eben auch die 800-Volt-Plattform vorgestellt. Und die Plattform soll eben künftig in den eigenen E-Autos von BYD zum Einsatz kommen, parallel aber auch anderen Autobauern angeboten werden. Und das ist eben das Spannende auch, wie ich finde, gerade die es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber wenn natürlich das Ganze für andere große E-Autobauer, sei es VW, vielleicht auch einfach große wie BMW und Co. hier mit einsteigen, dann verdient natürlich BYD ordentlich mit und Sie können es natürlich für Ihre eigenen Autos auch nutzen. Und bei der Präsentation während der Auto Shanghai versprach BYD, also mit Blick auf die Plattform, enorme Fahrleistungen und auch Reichweiten. Die Rede ist hier auch gewesen von mehr als 1000 Kilometern. Das wäre natürlich eine Sensation hier im E-Auto-Bereich oder maximale Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 2,9 Sekunden. Es ist einfach so, dass natürlich hier beim E-Antrieb die Leistung sofort da ist und das sieht man auch hier einfach bei diesen Spitzenwerten. Außerdem soll hier die E-Plattform 3.0 auch schnell laden mit 800 Volt ermöglichen und alles in allem ist es natürlich eine Mega-Plattform und ich glaube persönlich, dass die von sehr, sehr vielen Autobauern in Zukunft genutzt werden könnte. Es ist einfach hier sehr, sehr innovativ, was die Chinesen hier aufs Parkett zaubern und ich bin mehr als überzeugt von der ganzen Geschichte. Und ebenfalls eben hier auf dem Messestand in Shanghai war eben der Dolphin. Damals hieß er noch EA1. Deswegen habe ich das hier auch so mitgebracht. Es ist ein neues, kompaktes Elektroauto. Erstmals hier auch mit dem neuen BYD-Logo ohne die ovale Umrandung, wie man sie kennt. Also man kann es jetzt hier auf dem Auto auch vorne erkennen. Es ist nur noch das Zeichen vom BYD zu sehen und ist jetzt einfach die neue Designsprache der zukünftigen BYD-Autos. Ja, es ist auch so, dass der Dolphin soll gut 4 Meter lang sein, 1,77 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Der Radstand hat ungefähr 2,70 Meter und die Energie bezieht die schräge Glimousine aus einer LFP-Batterie. Die Spitzenleistung hier des Synchronmotors beträgt 70 kW und die Höchstgeschwindigkeit 150. Ist ja hier auch ein kleiner Kompaktwagen. Sind bestimmt, wie gesagt, noch andere geplant. Aber den Dolphin soll es hier auch künftig in 4 Varianten geben und über das sogenannte Netzwerk von BYD verkauft werden. Wann genau das Modell auf den Markt kommt, bleibt aber weiterhin unklar. Ja, schreibt mir jetzt unten gerne Kommentare, was ihr zu den aktuellsten News sagt. Ich finde sie mega. Ich finde auch die Plattform von BYD sehr, sehr stark und ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und wenn euch mal wieder mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich aufs nächste Mal.